Brrrr, Brrrr, BAM, BAM, Brrrr Ah, hallo Leute, hier ist der YouTube, MMMM, Megastar, achst, ach, thank you Und Tanzerbutt, du hast gestern ein Video rausgebracht und da bin ich dir sehr, sehr tankbar für, dass du das Video gemacht hast Weil das Video heißt, Hallo Abo-Box In dem Video hast du gesagt, dass bei einigen Leuten dein Video, das Video vor dem Video, halt vor dem Hallo Abo-Box Video Das ist die bei einigen Leuten nicht in der Abo-Box Und deswegen hat das extrem wenig Aufruf bekommen Und dann habe ich gemerkt, ah, mein Video hat ja auch wenig Aufruf bekommen Und das kam zu ungefähr gleichen Zeit online Ah, deswegen hat mein Video so wenig Aufruf bekommen, weil die Abo-Box bei einigen Leuten kaputt war Und deswegen sage ich, danke Tanzerbutt, dass du mir gezeigt hast, dass es nicht an mir lag, sondern einfach nur ein YouTube-Bug war Und deswegen sage ich, danke Tanzerbutt Weil es ist einfach ein Zeiss-Gefühl, wenn man ein Video hochkommt und das kaum Aufruf bekommt und man denkt sich, ah, was habe ich falsch gemacht Aber ich habe nichts falsch gemacht Natürlich nicht Es war an YouTube Also, bitte, tut mir einen Gefallen, geht auf mein letztes Video Das heißt, ich stecke einen Baum in mein Loch Haha, war so ein toller Titel Und das ist in der Verschreibung verlinkt Das ist auch gleich in der Endcard zu sehen Klickt es an und dann gebt ein Like da in dem Video und kommentiert irgendwas Kommentiert irgendeine Begrüßung So, hallo, hi, moin, irgendwie sowas Damit ich weiß, ihr kommt von diesem Video und dieses Video hat wirklich was gebracht Das wäre sehr schön Weil es ist einfach ein Zeiss-Gefühl, wenn da so ein Video mit ganz wenig Aufrufen unter meinen Videos erscheint So, das ist einfach Zeiss-Gefühl, das sieht einfach Zeiss aus Das Video muss Aufrufe bekommen Und deswegen geht auf das Video, bitte Ich stecke einen Baum in mein Loch Bitte, bitte, guckt euch das an, bitte Und vor allem, was ich noch sagen wollte Ist es einfach Zeiss-Gefühl, stellt man mir vor Irgendwann nehme ich ja die Maske ab, ne Und dann arbeite ich jahrelang drauf hin Und ausgerechnet dann, wenn das Video kommt, ist die Abo-Maske kaputt Was? Was soll das? Das ist alles umsonst? Ich meine, klar, ein paar Leute werden es natürlich sehen und so, früher oder später Aber der Großteil wird es halt nicht mitbekommen Weil die Kack-Abo-Box da nicht funktioniert Das ist einfach ultra-Kacke Ich muss mich jetzt, wann auch immer ich die Maske abnehme Muss ich mich darauf verlassen, dass die Zeiss-Abo-Box zu dem Zeitpunkt funktioniert Und man weiß das ja vorher nicht Das ist echt hart Das wird noch sehr, sehr spannend Aber damit das Ich meine, ihr könnt auch die Glocke anmachen Dann kriegt ihr eine Benachrichtung hier Neben dem Abonnieren-Button macht die Glocke an, so dass sie bimmelt Und dann bekommt ihr das auf jeden Fall mit Dann bekommt ihr eine Benachrichtung Dann müssen wir uns nicht mehr auf die Zeiss-Abo-Box verlassen Also macht mal bitte die Glocke an, bitte Und dann sind wir unabhängig von Abobox Dann bekommt einfach jeder eine Benachrichtung Das wäre geil Also, ihr habt zwei Sachen zu tun Macht die Glocke an Dass sie bimmelt Und geht auf mein letztes Video Link in der Beschreibung Und gleich kommt ihr in der Endcard Und kommentiert da irgendeine Begrüßung Könnt ihr euch das alles merken? Okay, hoffentlich Alles klar Danke, meine Besten Ich hoffe, man kann sich auf euch verlassen Das wäre sehr schön Bitte, bitte Ich brauche die auf Ich brauche die Nein, ich brauche die auf Und mach die Glocke an Und alles Nase Keine Kürze Ich brauche die Glocke an